Radio SAW. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Heute Alice Merten. And why so serious? Heißt, warum zu ernst? Und wurde Klasse übersetzt von der Klasse 9a der Gemeinschaftsschule Muldenstein im Kreis Anhalt-Bitterfeld. Die Geschichte erzählen euch Caro und Max. Wann haben wir all die verrückten Dinge vergessen, die uns das Gefühl geben, ein Teil von ihnen zu sein? So jung und so selbstbewusst. Wir haben auf unser Herz gehört. Uns interessierte es nicht, ob es endet. Naja, wenn man jung ist, macht man sich halt keinen Kopf über das, was passieren könnte. Beim Wachsenwerden endet sich da etwas. Versuch die Dinge loszulassen, die dich runterziehen. Werde die Stimme los, die dir immer sagt, dass du Angst hast. Ich will es jetzt loslassen. Sie versteht die Welt nicht mehr. In der Beziehung war alles toll. Sie haben alles mit einer Leichtigkeit gemeistert. Das fehlt jetzt. Aber sie will weiterkämpfen. Ich will im Jetzt leben. Ich werde nicht in der Vergangenheit leben. Ich will mir keine Gedanken machen. Was sein könnte? Was wäre, wenn diese Dinge nicht halten? Ich will leben, ohne etwas zu bereuen. Kann mir jemand sagen, warum so ernst? Ja, warum so ernst? Warum so ernst? Warum sind wir so ernst? Kann mir jemand sagen, ob wir vergessen haben, zu leben, ohne etwas zu bereuen? Why so serious? Klasse übersetzt von der Klasse 9a der Gemeinschaftsschule Muldenstein. Hört ihr jetzt nochmal in der SAW-Mediathek im Internet auf radio-saw.de. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Nur hier auf radio-saw.